Guten Abend, Leute, ich bin Chantelman, wir sind der Führer, der Haltenverantwortlich. Wir spielen... Yo, ich sperre gerade eine Tür auf. Ich will das nicht. Part 2 übrigens, der viel spielt. Ja, los geht's. Es ist leider ein Glück zu gehen, als wir zum Lieblingsspiel. Also man sieht das hier, es ist sehr gefährlich, kann man sagen. Kann man eigentlich in den Aufzug rein, das wollte ich vorher schon wissen. Wenn du runter bist, die Frau tot. Boah, Mann, warum geht das so besser, als von so einem Slammer-Typen geschlachtet zu werden? Ja, erstmal ordentlich durch neben dem Schlachten. Ja, angeblich weit geht er die Opfer aus. Alter ist die Ecke, die schöne Ecke. Ja, ich will hier schon gehen. Wo sich der Todereinstellung nicht umbringen. Komm, aber auch, das ist halbende... Blitz. Ach, du hast so eine Lampen, die es so angeht. Ach, du hast so eine Lampen, die es so angeht. Ach, du hast. Das sind in den Zeiten. Vor allem jetzt keine Musik und nichts. Einfach nur diese dumpfen... Dumpfen, ja. Wenn ich jetzt keine Musik und nichts machen... schritt mit das ist bis jetzt No where to run, no where to hide Boah Hör mal auf Da ist er Einer war er Er läuft doch nicht in die Richtung So soll ich hier hinlaufen oder was? Hat er nicht geflüstert? Ja Wo ist der Fluss? Boah F*** Soll ich da noch mal jetzt durchgehen? Ich probier's noch einmal Ich lass das lieber Ich lass das lieber Jetzt ist der kranker Fried Ich hab's das Gefühl Die Welt ist einfach nicht Hm Ich hasst so glaub ich nicht Kriegst du ne Realität gar nicht so reingeschakelt Doch Doch Natürlich die können dann Das ist schon echte Was bei dem Krankenhaus zum Beispiel war Dass die Fenster nach innen nach innen secken Das gibt's aber oft das sind Lichtschächte Das ist mehr Außenzimmer und dann am Tageslicht Das stimmt Ciao so langer Geist ist ne Suckers Das ist schon echte Mitten Nö Das ist jetzt alles so riesig hier Was ist denn das überhaupt für den Boden? Zeig dir immer halt. Es ist schön zu finden in der Anstalt. Warum finde ich keine Seite? Anziehen, den ich immer finde, ist der Tod. Das ist gut. Stairs into your soul. Jetzt komm doch mal raus, Mann. Hä, war das gerade schon eingestellt? Ja. Fuck. Komm ich bestimmt nicht durch, oder? Doch, aber es geht nach. Der war da. Der stand zwischen diesem Ding. Hast du ihn nicht gesehen? Nein. Der stand da, wo ich gerade so durchgepasst habe. Der war er wieder. Der war noch nicht gesehen. Ich steh ihn immer noch nicht. Stimmt, sieht das auch aus. Der Kerl wieder direkt so. No one survives. Oh. Dieser Klappenschlag, Alter. Ja. Die Statue. Die tötet einen auch. Wenn man zu nahen geht. Hab ich ja gestartet. Nee, oder? Ja, geil. Scheiße, dieser Kloß, der muss da doch nicht stehen, oder? Ich hab ihn nicht gesehen, oder? Ja, wie er will. Ich hab ihn nicht gesehen, oder? Ich hab ihn nicht gesehen. Du bist schon wieder hier. Krach. Oh, krass. Schatzlutscher. Das kann nur so nennen. Er ist immer noch da. Was will der von mir? Ah, was ist das? Will ich denn jetzt? Oh mein Gott. Dieser scheiß Glockenschlag. Wie? Jetzt musst du den ganzen ganzen Gang kreuzen. Ich steck die ganze Zeit weit raus. Ich komm hier nicht mehr raus. Ey, solange ich hier nicht rauskomme. Boah, da war ich noch nicht. Schau mal, du mit der Tasse. Warte, da. Out of Sidenote, scheißegal. Out of Sidenote, scheißegal. Out of Sidenote, Out of Mote. Super, dass es so lange geht. Also der Tasse geht gar nicht. Okay, ja, geht dann noch nicht mehr. Geh, du bist noch nicht mehr. Geh, du bist noch nicht mehr. Geh, du bist noch nicht mehr. Nicht mehr, du bist noch nicht mehr. Ach, du bist noch nicht mehr. Schatzleherr, doch. Über die Tasse. Wie solltest du noch nicht mehr sein? Ich glaube, wir schlagen immer schneller. Ich bin schon wieder da. Aber war ich auch schon. Was da ist, Alter. Es geht da. Always watch. Gänsehaut überall. So ein langer Gang ist voll kacke. Aber ich kann es nicht nochmal zeigen. Ich glaube, es wird nichts geben. So ein langer Gang ist voll kacke. So ein langer Gang ist voll kacke. So ein langer Gang ist voll kacke. Ich darf die Tür nicht. So ein langer Gang ist voll kacke. So ein langer Gang ist voll kacke. So ein langer Gang ist voll kacke. Waaah! Das ist der Sackgasse. Oh Gott. Komm schon mit deinen Beinen in die Hand und in den Augen. Das klick ja schon wieder ab. Es ist ein Darn. Das ist die Scheiß-Statue. Du musst dir jetzt gerade etwas weitergehen lassen. Das ist eine Statue. Was ist das hier? In der Version? Weh. Ich bin schlaufen da. Beurteilen, Mann. Da hinten. Das ist die Scheiß-Statue. Der Ton ist ja auch noch so hardcore. Es geht links, es geht links. Hier ist bestimmt einer. Oh, nice. Ich gehe aufs Klo. Ja, gehe ich aufs Klo. Versteck dich da. Ja, das... Ich weiß nicht, die Bogen. AHHHHH! Oh mein Gott, dieser glänke Freak! Dieser glänke Freak! AHHHHH! Boah, Alter, diese Musik! Leute, der läuft gerade zu den Verfolgungswagen. Wollt ihr? AHHHHH! Wohin? Das ist ein... AHHHHH! Diese Musik! Diese Musik! Oder Musik ist es ja nicht. Oh, da rein ist unser Kasse! AHHHHH! Boah, Alter Wichs! AHHHHH! Aber nice, ey! Ja, ich hoffe, wir hoffen, es hat euch gefallen. Pies aus, wir sind draußen.